Geld, Geld, Gold. Hm, das ist ja alles schön und gut, aber auf Dauer brauche ich auch mal was anderes. Hm, lass mal sehen, was hier steht. Nichts, langweilig, langweilig, langwe... Moment mal. Ah, na sieh mal einer an, was hier steht. Denver gleich in doppelter Ausführung auf der German Comic Con im Dezember. So, so. Gavriles und Lorente am selben Fleck, aber ohne mich. Das könnt ihr vergessen. Das, meine lieben Freunde, ruft nach einem Ausflug. Oh ja, quasi nach einer Direktverbindung von Tokio über Dortmund nach Denver hoch zwei. Aber alleine? Oder schnapp ich mir lieber meine deutsche Stimme und wir reisen zu zweit? Ja, da fällt mir die Entscheidung leicht. Aber wer meine deutsche Stimme ist, erfahrt ihr wie immer erst heute Abend. Also schön dranbleiben. Eure Tokio. Eure Tokio. Eure Tokio. Eure Tokio. Eure Tokio.